Jungs und Mädels, wir befinden uns mitten im Fahrstuhl. Ganz viele Securities um uns herum. Alles ist ganz, ganz spannend und wir freuen uns schon sehr, sehr, euch am 2.11. zu sehen. Bei der These Dance Sensation in Sprockhöfe. Zusammen mit unserem Partner Marco Balsano von der Tanzschule Balsano. Wer wird dabei sein? Natürlich Kenny, Julie Denise aus Los Angeles, Nick Wilson, David Moore, Tyson Edwards und ich. Ich komme auch. Also, don't miss it. Bis dann. Peace, yo. Peace. Peace.